ausländische kippen mann das dauert länger alter hey aber nein der kotze ist aber eigentlich ganz gut gut deutsch gut deutsch so schmecken sie auch halt am kopf keine taktik macht ich bin ganz ohne zusätze aus der ukraine da kommt so was denn hier kommt nicht rein ich hab hier stinknormale erinnern der muss dann nein nein da muss er noch mal rein sein sonst dann funktioniert es nicht nein da muss es ja einfach noch mal rein sollen nicht beenden der schreibt ja gleich dann nein immer guck die mitte habe ein blum weg gesprayt boah vor allem muss springen die alter nein Ich hab was wie du gestunnt, wie du warst das, sorry, du Arschloch, alter, gut, jetzt hat er sich angeschaut, nein, so, rein da, einer hinten links, äh, drinnen, rein jetzt, wo seid ihr, da war ne Mitte, da war ne Mitte, da war ne Mitte, guck die Mitte richtig ab, einer rechts ist rum, der ist bei B, ja, schön, jetzt wird's ein Memo-Dodat, hehehe, richtiger Pflanzenficker, hehehe, so, jetzt leg ich die ne Monschitz, das wär ne Hammer, alter, Nemo, wir würden dem an, das so von anderer Seite rangehen, Ja, ich weiß, ich geh mal da, mal da rein, Legend ist da einer drinnen? Ne, aber da die Grenade ist, das auch, ich weiß nicht, dann kann man auch jetzt die Grenade nicht mehr werfen, ey, Ich hab keinen Taktikmasken mit, das ist scheiße, hinter A ist einer, Ne, was soll denn denn? Einer war hinter Bomber A? Der ist zu hart, Alter, mit der B auch. Und der ist der, der so hart ist. Ey, Leute, ich bin glücklich. Was mach ich denn, Alter, warum zieh ich die scheiß Waffe auf? Meine Hände mit dir. Ah, schade. Ein Schuss. Ja, die Tacke ist so behindert unfair, ey. Waschen wir? Ja, ja. Auf B waschen wir jetzt. Also außer ich, ne? Ja, du kannst aber rechts stehen. Was soll ich? Geh rechts vor. Ja, ok. Bleib da nicht hinten stehen. Mach ruhig Druck da in der Mitte dann. Ja. Bleib auf! Man, Alter. Das war jetzt mega schwach, Leute. Warum? Ganz verschwunden. Ich will mit Scheidern. Nein! 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 Ah, schade. Ich weiß nicht, mach ich nicht, Alter. Machen wir ruhig, ne? Oder nochmal. Ja, das bringt nichts. Wie bitte? Das bringt nichts, Alter. Ich will mit dem. Ich würde in das A-Haus so leicht reinkommen. Also ich bin ja eben durch in die Mitte gerushed und hab einen geholt, ne? Aber ich versuch jetzt mal da drin zu campen. Kann einer was tanken? Ne, kann nicht. Die sind auch Granaten bei mir. Oh, fuck! Geh raus! Geh raus! Granate! Habt kein Wohl! Zweifel! Hilfe! Warum? Ja, warte. Ich lebe noch. Warum stört mir jemand da? Verstehe ich nicht. Ja, das ist schwer, Digga. Aha. Einer ist, glaube ich, Friedhof. Guck mal rein. Ey, warte. Bei A ist einer entweder hinter der Bombe. Guck gerade. Oder... Rechts beim Fass, wo da an der Zettel steht, ja. Ich hör den. A seh ich den noch nicht. 2, hinter die Bombe. Hab ein... Verstehe ich nicht. Okay, herr. Na, voran... Not so. So. Ausstattung. die doch die abweil der starken richtig stark was ich liebe die 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 Ich hab den aber vorhin schon angeblitzt, da sind schon mal einen Kopfschuss gegeben, aber ich bin gestorben. Ne, aber fass noch ein bisschen aufreißen. Geh nicht so nah rein, genau. Wurde auf die Fies, nehmen wir einfach noch. Fass auf die Granaten hoch. Ich höre den ersten. Der steht hier links. Ab den ersten. Ich höre den zweiten. Bleibbar, oder? Ich bin jetzt tot. Einfach durch die Wand, Alter. Einfach durch die Lampe geschlossen. Zwei BB, ne? Die leben noch überhaupt. Drei. Nein, hab ich für B. Da waren zwei. Nein, du hättest mal recht, du hättest mal recht. Ah, geht rein, komm. Ich hab'm abkacken den Fall. Oh, Leute. Mann, ey. Wenn wir die Runde jetzt losen, Alter, dann ist das bitter. Richtig bitter. Ja. Stark. Ey, so darfst du nicht machen jetzt. Nee, Alter, das ist doch scheiße. Verrichtig. Reden, ey. Ey, Leute. Kennt ihr links außen jetzt, ne? Kennt ihr die Palme, ey? Dass du die, ähm, Nate an die Palme wirst, dann kommt die direkt an dem weißen Van jetzt, ja? Ja. Kennt ihr, ja? Gut. Ja. Könnt ihr mal machen. Da steht meistens einer. Wie spiel? Hat hier keiner, einer, kein Headset, oder was? Na, politisch. Vielleicht ist das kaputt, das Geräte Ratsch. Ich spiel auf und gekehrt, ne? Ja. Der ist in der Mitte. Der war in der Mitte, ne? Ich sterbe auch den... Jetzt muss ich zweimal von der gleichen Position holen. Ich bin auch ein Idiot, dazu kann man auch mal hingehen, ey. Genau da, wo der schon schieben ist. Da, der ist beim Auto, der ist beim Auto! Digga! Der ist ja nachgeladen! Hä? Der ist ja nach der Echo oder so. Ja genau, willst mich verarschen, Alter! Bin erster drauf! 3, 6, ey! Oh mein Gott! Hast du Headset irgendwie? Legst du das grad auf? Wer? Polizei! Er meint, das ist kaputt gegangen, eins! Das war so ein Schluck so hart, Alter, dieser Harun, ne? Da war einer, das ging in Wendeln laufen. Recht, 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 recht! Recht! Der ist da! Ach so, der hat extra gewartet, ne? Ja! Der war hinter dem weißen Van! Du hast doch gehört, wie er dagegen gelaufen ist! Ich krank grad ab, wie in der Mitte irgendwie, wieso auch immer! Hä? Sorry! Also kommt die Richtung, leider! Nee, wir müssen mal... Ja, das wär bitter! Das sind welche aus der CS... äh... ähm... CD-Community, Mann! Stark! Nicht gut! Boah! Boah! Kann doch nicht sein, dass von ihm oder immer er kassiert! Boah! Der eine ist hin in der Mitte gewesen! Da war in der Mitte! Der eine war in der Mitte! Bei mir war's einer! Stator, Stator, Stator! Guck, Stator! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Bei mir ist da einer! Ich guck schon! Geh rechts, guck hin! Stator, Stator Ah, der kommt ja. Egal, ich steh mich jetzt an. Noch mal links, wasch? Noch mal links, wasch? Wir müssen da durchkommen jetzt. Wir müssen einfach mal durch. Komm, wir müssen da durchkommen. Guck, in der Mitte. Schön. Bei mir ist einer blauen Haus, passt auf, zeigt euch nicht. Ich kann ihn nicht holen, ich liege da nur. Der Schäpe sch... Hab ihn. Ich guck das an. Ich hatte einen Sport. Wenn es klappt. Das klappt sowieso nicht. Bei mir. Probier. Dann wechseln die Pose, wenn da irgendeiner... Ja, da häl ich eine mit, ey. Oh mein Gott. Wenn ich wechselste die Pose, vielleicht will Quasys mal eine mit dem Auge. Wenn das nicht so klappt. Das kopf, finde ich, du schaffst das. Okay, jetzt rechts waschen. Jungs, rechter Wasch. Ja, ich muss langsam machen. Du machst die Scheibe erstmal kaputter. Ich hab Thämon nicht dabei. Ich hab Thämon nicht dabei. Mein Gott. Weg. 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 Ich versuche einen zu holen. Dann ist es machbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen jetzt Camper. Ja, behalten wir eure Nails. Ich nehme jetzt einen Sniper mit. Ihr wisst ja ungefähr, wo die Sehnen, wo dann der Stunty erst mal drin ist. Darf doch mal warten, bis die Nails wechseln. Hey! Baku! Baku! Es tut! Was? 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 Hast du Rauch dabei? Kannst du mal in die Mitte Rauch werfen, dass ich hier rüberklettern kann? Also da raufwerfen. Genau. So. Könntest du das machen? Nein! Könntest du das machen? Okay, gut. Mann, kriegen wir hier für so einen Wichser aus mit dem Sack oder was? Ja, ich steig grad grad die ganze Zeit. Ich stech'n so schnell da hin. Dings, wirf jetzt Rauch, ja? Ich lauf jetzt durch. Das sind genauso Leute wie gestern, Mann. Da dürfen wir nicht chillen. Wir müssen erwaschen, ey. Rauch in der Mitte, dann ist es gut, ey. Wir spielen aber. Rauch, machst du jetzt, ja? Gar nichts. Hast du? Stand in der Mitte, ey. Der ist hier drinnen, okay. Der ist hier hier drinnen, okay. War vollkommen okay, ich hab einen geholt. Ja, egal. Mach's dir nochmal, bitte, ja? Die Runde ist ungefähr. Hoffe ich. Ich kann keine Ausweichen, nein, langsam. Ich bekomme immer wieder ein Biken, keine Ahnung wieso. Ich merk das schon, guck mal. Guck dir das an, voll durch die Wand, ey. Meine Mutti. Denk an die Rauch, denk an die Rauch, denk an die Rauch. Wieder was gestanden, Marco, du kannst mir holen. Da ist keiner drinnen, links. Volle, vier. Genau, ich. Nein, hinter der A-Bombe. Links, ganz bei B, bei B. Hinter der Bombe, ungefähr. Und in der Mitte, du bist immer einer. Nichts überhaupt. Nichts überhaupt. Nein, schade. Komm, B-Rush jetzt. Ich rauch in der Mitte, ich komm jetzt mit, ich scheiße jetzt auf A. Das Ding wird jetzt schnell platziert. Alle sind mit MP, Alter, alle. Das ist so ein Ding hier, Wascher AN. Das wird schwer da vorne gleich drauf machen, geht voll ab. Prüf drauf in die Mitte. Hab ich schon. Okay. Okay, unsere Runde, unsere Runde. Komm mit der Bombe. Komm mit der Bombe. Steh ich jetzt. Alter. Jetzt passt mal auf, ne? Mal. Ja, da hast du ihn da. Der kommt jetzt so. Alles abdecken. In die Mitte. Stark, Leute. Das gleiche nochmal. Die raus... Könnt ihr die Rauch noch ein bisschen weiter nach vorne schmeißen? Ja, mach ich. Okay, gut. Ich glaub nicht nochmal. Ich komm ein bisschen weg. Doch, pass auf. Willst gleich sehen. Ich laufe jetzt durch die Mitte und dann... H bin ich ja eben auch, aber egal. ... Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. stark leute ich wusste dass das nochmal klappt stark und was jetzt nochmal oder würde ich sagen ja letztes mal wir haben keine chance ich habe 15 nachts du bist noch ein kd du kd-geier das wird nicht so nix Alter, komm ich weg. Oh. Bleib zurück, bleib zurück. Sind da viele Leute, Alter. Die stehen, Alter. Mann, was ist denn das für ein Angriff? Die ist aber angriffsschwere, ne? Ja, geht. Ich finde ja Verteidigungsschwerer. Ey! Was? Oh Gott! Wie kann er mich durch die Wand schieben? Die Wand ist dicker als dein Kopf, Alter. Loopy, Wahnsinn. Da war er. In dem Haus war noch einer. Stark, Alter. Gerade. Egal, auf dem geht's. Muss man halt, von jetzt mal. Hey, jetzt die Snap aus. Egal, auf dem, gibt's. Wie geht's mit dir? Oh. Oh. Is das noch nicht? Ja, ich bin wieder dabei. Und du bist vorne. Wir klären wir unten. Bei dem kommt einer wieder am Schrein. Ja, ist egal. Das ist schlecht. Mich blocken. Hier hinten war welche. Pass auf. Falls es gekommen ist. Ich hab gar nicht gesehen. Oh, geht doch nicht so weit vor. Wow. Guck. Einer Mitte. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Lass den weg. Guck mal. Guck mal. Schöne Leute! 5er Donut! Stark! Stark, Alter! 7er Donut mit uns, Alter! Die schlechten! Ja, mann, die spielen gar nicht ab. Oder die haben einfach nur geguckt, wie sie stehen, weil sie zu 5 waren. Ich spüle den immer mit Nate, Alter! Ey, so eine fucking Nate-Maps, Alter! Das auch. Ach, Mann! Schöne Qualität! Auf 3! Nicht so weit vorgehen! Hinterhalt! Links, hinten drin ist er! Stark, Leute! So muss das laufen, Alter! So muss das laufen! Ohne Scheiß! Schönes Ding! Mega Hardscope, ey! Ist so, Alter! Du machst doch Hardscope-Kennzeit! Das heißt, Alter! Hardscope-Kennzeit! Nebo, du darfst ja nichts zu sagen! Nebo, ist doch schlimmer! Der kann mit sich der Ecke und macht Hardscope-Kennzeit! Tja! W-Nation A kommen! A, ist einer drinne! A ist tot! Kontritt euch auf A mehr. Ja, ich gehe auf A. Bommel liegt bei B. Bommel liegt vorne B. Ja. Bin dran. Einer könnte in der Mitte sein. Einer könnte in der Mitte sein. Noch einer. So, Alter. So was ist... Ey, so was ist viel zu spät, wenn man so was sagt. Da hab ich doch keinen, wenn ich's noch machen will. Wie kommt er eigentlich so schnell da lang, immer? Mann, 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 Mann. Ey. Wie lebt der noch, Alter? Ja. Wir gehen einfach an. Das ist noch einer. Geh weg, geh weg. Da, hoch. Geh schnell hin, hoch. Geh. Danke. Marco, die Ansage war ein bisschen zu spät. Was? Deine Ansage war ein bisschen zu spät. Ja, aber ich hab's, ich hab's dir nicht angesagt. Ich hab die Runde ja gut gemacht. Also von daher ist alles cool. Jetzt hab ich dir jetzt fortgenommen, ist besser. Ich hab mein altes zu spät. Ich hab mein altes zu spät. Aha, verarscht. Verarscht. Einfach verarscht. So nach schon, ey. Ach komm, ich bin gestorben. Vorne geht's mal rein. Oh, A down, ich geh auf A. Not noch mal. Leute, ich pushe jetzt mal Mitte und dann gehe ich hier lang. Hat jemand eine Rauch für mich? Wo da wo er steht? Ja, da wirf mal eine Rauch hin. Aber schnell bitte. Da wo er eben abgeschossen worden ist. Also der Typ der ihn abgeschossen hat, schnell, 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 wirf raus! Los! Los! Ja, ich weiss auch nicht wo, egal, der ich hab. Haben die? Hinten drinne, Marco. Hinten drinne, links. Mann, Alter, die Rauch kam viel zu spät. Ja. Die Rauch kam viel zu spät. Ich dachte, ich will sie in die Mitte schmeißen, deswegen. Kam die war so, überhaupt. Was? Kam die aber? Ja, die war gut, aber die kam zu spät, weil ich das schon längst da, weil ich muss sie schon abbremsen. Ich hab' gar nicht mehr, okay, ich hab' überhaupt nicht mehr. Ich hab' gar nicht mehr gespatscht. Stark, Junge. Stark, Leute! Einer noch. Tolle Tiers besser, der Ninja. Der wird eh nach Ess-Shot sein. Reden, 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 reden. Stark. Habt sie geredet? Ja, klar hat sie geredet. Aber ich kann ja, er redet ja nicht. Da war so'n bisschen, ne? Ach ja, qualitativ kann ich reden. Schön gemacht, Jakob. Ja, ich hab' aber trotzdem nie gesagt, wo er ist. Ja, das ist gut. Da war er und da hat noch mal... Ja, war top, top, top. Sorry. Oh, ich bin eingeholt damit. Na, ey. Ich mach' jetzt über A. Nemo Rauch auf A bitte. Vor A. Also nicht, ne? Wo die Autos stehen. Ja, ich versuch's. Schnell, 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 schnell. Toll. Leute, die gehen A. Ich bin fast down. Einen hab' ich. Das Auto brennt! Junge. Pass auf. Bleib hinten, jetzt bleib hinten. Wir sind lieber zwei mit drei. Wir sind noch drei laut. Boah, Fleck! Bleib hinten! Ich sag' bleib hinten! Wo dich das Problem jetzt mal? Ja. Ja, das war auch meine Scheiße, dass ich vorgegangen bin. Ja. Warum liegt das auf jeden Fall hier. Ja. Was, wo liegt das auf jeden Fall? Bleib hinten! Ja. Geht doch nicht vor! Geht doch nicht vor! Ja, wir sind die Überzeugung! Wir dürfen uns nicht wieder vergeben! Das ist so... Das ist so... Die Sterben dazu! die waren die waren die waren die waren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020